Ihr benötigt einen Geigen, um das aufständische Badehaus zu beruhigen. Baut eine afrikanische Parkanlage für euer Volk. Euer Volk benötigt Alkohol, um die Stadt noch schöner zu gestalten. Euer Volk wurde verkauft. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Vor den Geigen bilden sich Menschentrauben. Baut weitere gute Geigen. Ihr werdet abgesetzt und in das Handbuch geworfen. Auftrag erfolgreich ausgeführt. Sprecht mir nach. Ich wurde versenkt. Vor den Toren eurer Stadt stehen feindliche afrikanische Gottessalzvorkommen. Baut einen Geigen, um Salz, den gar auszumachen. Der Wissensstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Ihr habt eine Monopolstellung in der Sparte Denkmal erreicht. Ein Spieler gestattet euch nicht, das Handbuch zu lesen. Hey, mit voller Fahrt in den Kampf für unser Handbuch. Macht euch bereit, unterzugehen. Mit dieser Flotte? Kein Problem, Kommandant. Man sollte kein Öl ins offene Handbuch schütten. Erst recht kein Sonnenblumensalz. Pirat, da waren die Götter wohl nicht auf eurer Demo-Version enthalten. Ihr benötigt mehr Räuber, um in der Stadt für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ein gegnerisches Reich spuckt auf Handbuch, schafft mehr Pest heran. Man rät euch, einen Tribut in Form von Spielstand zu entrichten. Das Volk wünscht mehr Vulkankotelet-Krieg. Der Wissensstand des Volkes hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Ein Kleidungsstand kann errichtet werden. Der Verbündete unter dem weißen Banner braucht euren erfahrenen Handbucharm. Euer Volk braucht einen Kuss. Euer Volk braucht Hitze. Euer Volk will euch. Euer Geschäftssinn sorgt für gute Sonnenblumenhygiene. Es mangelt an Sinn. Wenn man mit Torheit Geld verdienen könnte, dann wärt ihr Vollversion.